Guten Morgen! So, letzte Nacht an Bord haben wir hinter uns. Wir sind in der Nähe von der Straße Gibraltar. Ein paar Stunden hoffen wir dann endlich einzulaufen in den Hafen von Tangier. Ja, ist schon spannend, Gibraltar mal in echt zu sehen, ein bisschen davon gelesen. Und auf der anderen Seite ist Keuta, Marokko. Und da hinten hin fahren wir jetzt. Tre notti, eh? Tre notti. Eh? Tre notti, ich will. Tre notti, ich will. Tre notti, ich will. La notte, heute, ist sehr, 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 sehr. Wir warten uns zu können. Wir brauchen uns zu tun. Wir brauchen uns zu finden und wir brauchen uns zu sehen. Wir brauchen zwei Stunden. Wir brauchen eineidee, eineidee. Wir brauchen eineidee und den Kugelbire. Wir brauchen einenエhmern, einen Schleimischen Korunde. Wir brauchen eine mit der Kugelbirende, die Kugelbirende. Der ist ein Schleimisches, der wird bei uns. Oh, oh ... Wah, ah, ah, ah ... Wah, ah, ah. Oh, ah ... Die ersten Eindrücke von Maroko waren schon fantastisch. Es war wesentlich grüner wie gedacht, obwohl ich es in anderen Videos schon gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Wir sind angekommen und jetzt sind wir vorbeigefahren. Wir fahren Richtung Chef Chaunat. Wir müssen uns aber entscheiden, ob wir das Deutsch oder Italienisch machen. Du auch Italienisch auf Deutsch? Oder? Oh. 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 Wie in Italien oder in Deutschland, es gibt immer Leute, die sich abwarten können. Musik 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 So, we're the guys. Thanks, for sure. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann geht es weiter nach Ves oder nach Magnes an einer der Königsstädter.